Musik Herzlich Willkommen zurück zu Dead Space 3 Und ja, wir werden angegriffen Wir sind hier immer noch bei dem Tor, wie ihr seht Wir können inzwischen schweben Oh, wo sind die Mistviecher? Ach da Okay So, wir müssen jetzt Ach da lang Da lang Ich höre nichts Gutes Ihr hoch Hier rein? Geht gar nicht rein hier, was? Doch Ach doch Boah, man sieht die überhaupt nicht durch So Warte mal Ach da lang Da durch Ist aber wieder irgendein Mistvieh Wo? Der hier oben Ach da Spack da rum Jetzt sind wir doch schon wieder hier am Tor Oh nein Ja Jetzt muss ich mir einen Code aussuchen, was wir gefunden haben Ach, ich muss davor stehen Da muss auch noch eine Kiste Nee, wie sieht das denn aus? Oben zwei So Wo bin ich mit dem mal aus? Nur noch denselben, den du unten hattest bei der Tür Nee, der steht doch an der Wand Ach so Der steht doch an der Wand Schwerelosigkeit deaktiviert Gute Morgen Gute Morgen, liebe Sorgen Seid ihr auch schon, Alter? Habt ihr auch so weit geschlafen? Das ist ja alles klar Ja, haha Ja, haha Was zum Steifeln? Heißerke Diese Scheiben auf dem Boden Sie verbessern unsere TK Tun aber auch völlig weh Ja Das wird wohl der Preis dafür sein Ja, das ist bei Ja, das ist bei Ja, das ist bei Das sind die Probe und sich aus, wenn der Schmerz nachgelassen hat Probieren Sie es aus Probieren Sie es aus Ah, du musst mit den Stein hier in die Früche Hahaha Hahaha So Gucken wir mal Strom Kriegen wir soo Ja Warte mal, ich will mal was ausprobieren Hehehe Oh Ja Diese kleinen Das sieht aus wie Gehirne, ne Krabbelnde Gehirne Was gibt's heute zum Frühstück Für ein frisches Gehirr Hier kannst du das aufnehmen Wo? Da Nimm Ne Äh, warte mal Warte mal Ja, hier haben wir wieder Stase Warte mal Die Stase Nein, das nimmt er die Stase wieder auf, Mann Warte mal Ist ein guter Junge So Ich hab dir gegeben die Stase wie du hast mir die scheiß waffe gegeben wo die dich vor meinen füßen bei stars ausgewählt mit vorm füßen naja vielleicht hast du es auch gekriegt da bleiben wo sie ist so klar kriegen wir ja sowieso gemeinsam das war da hinten eigentlich noch irgendwas besonderes da ist ich da wo das wunderbar ja ich weiß nicht ob das hier oben aus was machen müssen so alter wo wenn ihr fischer gleich zum leben erweckt dann krieg ich sowas von den hals groß die groß alter bei griechen halt so viele verbindungen direkt zum herzen der maschine ohne den kodex kann ich nur spekulieren aber ich vermute die maschine muss geöffnet werden um vornehmen zu können ich glaube die monolithen auf diesem platteau versammeln muss da was reinstecken in dem loch die musst du bewegen gerade einfach ins oberste stockwerk zwei sowie und zwei so wir wussten doch sowieso nicht was wir machen einfach nur gemacht oh aber bitte was noch mehr ah die sind ja alle tot das ist keine stadt das alles hier ist die maschine sie sind der schrauber wie kriegen wir das hin wir haben uns an syrvanus hinweise und rekonfigurieren die maschine wir haben gerade eine verbindung zum herzen der stadt geöffnet das ist ein kontrollzentrum für den kodex wir sind zu schlag unterwegs da brauchst du lieber kommen sie sagen oh 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 schnell 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 was nun was dann ich bin da festhalten um oh boiuiuiuiuiuiuiuiui ach ich muss nur noch lenken selber bist du gar nicht so gut ey aufpassen lassen aber du kannst doch beschleunigen auch noch vor kurzem da kommt ne wand wo wir gegenlaufen ich dachte auch das leuchten ne das war das das war das licht am ende des tunnels ja da braucht man wenigstens einmal mal nicht die Fächer bekämpfen da hier ist kein Zeichen oder so ach doch da oben wieso fickte ich die nicht über die Tür ach oben unten und dann das Ding ah oben unten und dann unten und zwei so ne Striche ja das ist nun ich mag dieses Tor auch ja ich mag ja sowieso Aliens wenn sie tot sind aber die Technik von der Aliens mag ich das ist wieder diese versteckt mich in seinem stein da hinten linken artefakt ist das da sind sie noch immer ein paar an die lippe haben da kommt auch einer ist jetzt mal gut wir wollen das jetzt einsammeln jetzt muss ich hier oder mal was schmeißen wir damit weg ein sonnen dings diese scheiße noch bei uns haben die anderen sachen da ist das nämlich auf ich kann nicht aufnehmen was hat uns das hier jetzt gebraucht ich werde mit diesem super aufgeladenen effekt können wir den nikon was können wir abhacken von wien sonst noch welche wünsche ich hätte gern mit einem hamburger hier ist nächstes tor doch mal stehen ich hätte immer noch gerne eine bau ist so russ das verwischt es 32 nach unten dann nach oben das letzte kann ich aber nie erkennen das könnte einer nach unten sein war richtig 80 was haben wir hier hier sind muss ich wieder zwei dinge ausschmeißen es war ich mal so oder wenn du es aufnimmst ich muss jetzt so nochmals zwei solche dinge noch was wie viel ist da drin so was ich glaube wir sind da laufen falsch sondern wieder auch so jetzt jetzt hier da muss das rein wir müssten diese passenden dinge dafür finden naja machen wir mal ohne den dingern und laufen einfach mal hier lang was was schräger da 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 habe ich eigentlich gesagt dass ich von hinten nicht angegriffen werden will da 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 das kann so bleiben okay okay auch so die maschine neu ausrichten da alien maschine als mission neue ausrichten da sind steine vor dem eingang ja da sollen wir doch gar nicht hin da da hier rüber auf die andere seite und durch das tor was wo da kommt noch einer kommt noch einer die hat es gut gesetzt wird echt nur hier monstern und auch monstern sowas gibt was steht hier gar nichts achi unten auf der erde wie steht denn davor komm weg damit hallo also ich sehe das nicht hier unten auf der erde ich kann das eine nicht sehen das eine ist wahrscheinlich wieder ein zeichen mit zwei nach unten das andere das er das zweite ist zwei striche und ein strich nach oben das erste ist ja mit zwei strichen nach unten mit punkt punkt und das andere das zweite ist zwei striche und ein strich nach oben punkt das dritte sieht so aus wie zwei zwei striche und zwei nach unten nein war nur ein strich nach unten oder ein strich nach unten oder ein strich nach unten ist so verschmiert kann ja komm jetzt hier wieder aus den löchern welche wer weiß wer weiß wer weiß da hier drinnen stehen schon wieder marker die großen marke ja ein zwei richtige marke oh hier schreit irgendwas der ist weggerannt der ist weggerannt der ist weggerannt der ist weggerannt was ist das denn jetzt auf einmal einmal alter alter seine manual das haben es hat schon polling oder reißen arm ab und die kopf was soll ich machen ich hatte selber ja wir waren jetzt was gar nicht vorfahren immer mehr will da nicht rein hier war es ganz ständig nein dahinter okay dann rennen wir wahrscheinlich müssen wir erst mal so dass wir hinter uns nichts kommen könnte was ja also ich hatte keine probleme ja 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 Ah, komisch, normal, erst einmal sch... Boah, Leute! Alter! Junge, wie viele denn? Haben wir es jetzt? Alter! Alter! Uiuiui! Und ich wollte schon sagen, muss man erst einmal sterben und dann packt man es. Und dann kommt doch noch einer auf einen zu, ey, wie... ...wie so ein Irrer, ey. Ja. So. Da hinten hin. Oh jei. Na, das nächste Tor. Gar... ...ein hoch. Oh, na gut, das... da ist in der Mitte das ein bisschen. Hä? Ach, zwei... Da muss man jetzt mal wissen, dass das zwei sind. Nein, hör auf damit! Wir haben das Tor aktiviert. Wir haben das Tor aktiviert. Mach auf! Oh, nicht so! Schli, schli, schli. Aha! Ich hab's dir vorher weggenommen. Ach so. Schli, schli, schli. Schli, 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 schli. Schli, schli, schli. Schli, 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 schli. Ähm... Da ist du! Alter! Alter! Alter, da war ne... Oder was? Boah, das ist ja der geile Digger. So, puh! Es wird aber Zeit, dass wir dann langsam weiter hinter uns bringen. Ja, das gibt's ja nicht. Echt? Was? Hat da einer gegrunzt? Mhm. Wo's? Ach, hier. Ja, furzt dich aus, mein Freund. Oh, was war das? Das hört sich ja gar nicht gesund an. Nee. Geh weg. Stickenes. Guckst du so? Na, traust du ihn nicht? Was ist denn da? Da hinten. Der ist... Jetzt will er von hier hinten kommen, oder was? Stimmt, oder so? Naja, jetzt guckt er da hinten. Kommt er? Nee. Ist hinter dem Stein da. Hat gerade um die Ecke geguckt. Der ist hier nicht. Ja, dann ist er wieder hier. Ja, echt. Och, komm, Alter. Los, komm, schulchen da hinten wieder weg. Er ist da hinten wieder hingelaufen. Was hörst du dir? Ja, und hab mich weggeband. Und tot ist. Alter, wo kommt der mit dem Zitatgort um die Fahrt hier? Oder was? Was? Was ist da? Oh, Alter, da, da, da. Alter. Total. Vollz gut. Irgendwo ist hier noch ein Geräusch. da ist eine Kiste da wird hier was sein da wird die Kiste auf das ist so geil ach ein Eiterpickel an der Wand war das die Teams bleiben wiederholt in dem uralten klebrigen Gewebe hängen da ist noch einer guckst du so oh ja habt du nix da da ist noch einer da guckt er hehehe doch gut doch du hast doch was verloren oh jetzt kommt wieder so ein alter von wo mann alter kein wenig alter so geht der Fahrstuhl jetzt ja musst du noch drauf drücken dann ist er da ja das ist abholen falls hier noch einer ist soll er sich alleine begnügen so kommen wir raus hier er war hier speichert er sogar das hat schon was zu heißen ist jetzt nicht ich ne knappe minute machen wir schnitt ja ich würde sagen machen 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 wir jetzt schnitt das sage ich mal ich hoffe es hat euch gefallen und sagen tschüss bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt ist dead space 3 tschüss 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 tschüss